Sichtserkennung fehlgeschlagen, das ist ja Aiden, der will sich ja tarnen. So, Unterstützung des fünften Verfassungs, was? Hm. Hm. Sehr merkwürdig. Müssen wir hier hochklettern, oder was? Das kann natürlich sein. Moment, klettern wir mal hier nach oben. Sieht so sehr typisch aus. So. Okay, ich glaub da lang geht's mit Sicherheit nicht. Irgendwo hier muss das schon sein. Hacken? Das mit dem? Wie ist dein Papa? Fuckin' gross. Sie puten diese tube in der Haut. Er beginnt zu sprechen, und es macht uns gurgel. Der Nürz hat es zu pumpen, du weißt, um es zu füllen. Uff. Mein altes Mann ist zu sprechen, weil er... sickoin' nach ihm. Das ist nicht mein Telefon. Niemand fragt. Was würdest du? Was würdest du tun? Er ist mein Papa, du weißt? Er ist mein Vater. Du weißt was? Ich werde etwas zu meinem Vater sagen. Ich werde dich später zurückkommen. So, da haben wir eine Kamera. Da haben wir eine Kamera. Es sind überall Kameras. Helping you do more. Fernzugriff Kamera. So, was ist denn der da? Hm. 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 Geh mal auf die. Nee. Also, ich sehe hier nix. Was uns jetzt irgendwie zu irgendwas hier weiterhelfen würde. Sehr merkwürdig. Ich benutze den Profile X, um den Zugangspunkt zu lokalisieren. Ja, und wo soll der jetzt sein? Sammelt Royale Andenken. Ja, viel Spaß. Hacken. So. Da geht's anscheinend nicht rein. Oder? Müssen wir hier rein? Ich geh mal da hin. So. Können wir hier durch? Nee. Ach verdammt. Das ist doch ein Graus. Bin ich überhaupt noch richtig? Ist die andere Frage. Äh, ja. Ja. So. Wir benutzen den Profiler, um den Zugang zu finden. Ich weiß nicht, was die wollen. Echt? Hey. Muss ich in irgendeine Wohnung rein oder was? Verstehe ich nicht. Heben. Heben. Senken. Heben. Skulptur von Joseph Di Marco. Hm. Hm. Nee, da geht's auch nicht lang. Vielleicht hier runter? Aber da waren wir ja auch schon. Nutzen sie den Profiler X, um den Zugang zu finden. Ich hab den schon die ganze Zeit aktiv hier. Blut. Das Rattennest. Na, hier sind Bankautomaten. Aber die helfen uns auch nicht weiter. Meine Güte. Und hier wird auch nichts weiter sein. Ich glaub, das bringt uns hier auch nicht weiter. Naja, that's my bad. Not my bad. Ei, ei, ei. Wo sollte hier der Zugang sein? Ich versteh es nicht. WLAN. Moment, ist das hier irgendwo? Stand grad WLAN? WLAN Lautsprecher. Ach so. Das ist mit WLAN gemeint. Hm, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo wir hier jetzt hin sollten. Beziehungsweise wo wir was für einen Zugang finden müssen. Ähm, naja. Ich wollte ja eigentlich sowieso ein Aufnahmepäuschen machen. Deswegen würde ich sagen, kommt das mir jetzt ganz recht, dass ich hier mal an der Stelle ein klein wenig pausiere. Pause Zero. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Watch Dogs. Ähm, kann ich den jetzt hier speichern? Ich glaube, ich müsste hier speichern können. Mission Benden fortsetzen. Letzten Autosave laden. Nicht gespeichertes Spielfortschritt geht verloren. Ist aber auch blöd. Naja, ich hoffe einfach mal, dass hier nichts verloren geht. Gehen wir nochmal kurz da hoch. Ich finde... Ach, da ist ja was. Hacken. Jawoll. Ach, jetzt haben wir es gefunden, wo ich kurz aufhören wollte, finde ich was hier. Okay. Also, das muss gedreht werden. Dann haben wir hier einen freien Platz. Das kann man dann hier drehen. So, das kann man auch wieder drehen. So, dann kann man das freischalten, so rum drehen und dann hätten wir das frei. Jawoll. T-Bone, wrap it up. Forget the toys, we gotta get you out. Entschuldigung, Prinzessin. Ei, ei, ei. Wo ist er? Der ist weg. Sehr schön geflüchtet. Die Kinder haben die Verkaufsgeräte, die für sie arbeiten. Welche Alarmen, die wir durchgezogen haben, hast du diese Leute zu laufen. Die Verkaufs kamen ziemlich schnell. Bleib einfach nur los. Ich werde dich klarer werden. So, bleib da stehen, erholt dich raus. Okay. Ich habe etwas in diesem Computer gefunden. Besonders dieser funke Prototyp-Schein. Und woher hast du das gefunden? Was du, was du hast? Was du hast? Oh, das ist doch. Auf dem Computer. Ein Schwerpunkt. Ich habe eine Schwerpunkt. Er hat sich die Schwerpunkt in dem. Er ist die Daten mit ihm. Wie auf der Person. Als eine Sicherheitsmessur, glaube ich. Aber er ist ja sicher wie er denkt. Was hast du gesagt? Was hast du? Wir finden ihn, wir können die Daten zurückleiten? Und er wird nicht wissen. So, jetzt können wir uns... Oh, um die Ecke verstecken. Na, komm schon. Zack. Der wird dauernd. Kommunikator stören. Eine gute Taktik. Zack, Headshot. Oh, jetzt haben wir das gesehen hier. So, den müssen wir beschützen. Wow, wow, wow. So, rennen wir da hin. Wow. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Wow. Das war knapp. Meine Fresse, schon wieder eins. Ach, da kommt auch noch einer. Wow. Abhauen, 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 abhauen. Mann, die mit ihren Scheißgranaten. Wow. Jetzt fliegt das ganze Auto in die Luft. Seien dann immer ganz glatz in die. So. Noch wer bedarf, der da, glaube ich, hat noch Bedarf. So. Neutralisiert mit einem Beinschuss. So, den beschützen wir jetzt mal. Was? Davy, du bist auch ein verrückter Hund. Fliegst da durchs Dach durch. Bist denn du für einer? Willst du den jetzt immer noch beschützen? Wenn ich in dem Radhole war, habe ich notiert, dass der kleine Scheiß in der C.T.O.S. Ja, er hat den Akzess. Und mein Geist, du hast den Beinschuss für alle. So, die Fert. Was macht der denn? Ich habe die Hunde losgelassen. Oh Gott. Gegner in Verbindung. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, zart. Ben. Haha. Der hätten wir schön neutralisiert. Wow. Alter Falter. Wow. Hi, 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 hi. Was ging denn jetzt mit mir ab hier? Ich brauche ein neues Auto. Scheiße. Ich bin erst mal hier irgendwo eine Brücke runtergeflogen. Töten sie alle fix oder fliehen sie? Das wäre jetzt gut. Ich mache mal ein Blackout. So. Da sieht uns vielleicht auch keiner. So, und das hätten wir auch da gebrochen. So. Jetzt nix sie weg hier. Die sehen uns nicht. Das ist schön. Das ist schön. So, jetzt können wir schön flüchten. Ach, ich liebe die Blackouts. Da müssen wir uns unbedingt wieder neue kaufen, wenn wir wieder beim Versteck sind. Zack. Und jetzt hauen wir ab hier. Aus dem Radius raus. Und die Flucht ist erfolgreich. Haha. Da macht er einen Smiley. Wir treffen uns bald. Ja, ja. Lol, 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 lol. Das scheint irgendein Kitty zu sein. Skript Kitty. So, das Ratten-Nest wäre erledigt. Mission beendet. Wieder 3000 Erfahrungspunkte. Nice, nice. Wieder Skillpunkte erhalten und schon wieder ein Anruf. Habt ihr gehört von einem Ort, der die D.A.T. Connection genannt haben? Jeder in Chicago hat es gehört. Ja, was soll ich machen, Mann? Was auch immer es ist, scheint es ein Default-Lokal-Hahn zu sein. Ist das alles, was du hast? Oh, und ich habe einen 6-Gig-USB-Stick voll von Lesbian-Porn. Willst du das auch? Gib. Ne. So, gut. Dann hätten wir das. Ich öffne mal den Fähigkeitsbaum. Wir können ja noch ein bisschen hier in den Kampf investieren. Ich meine, warum nicht, ne? Was haben wir denn da? Stealth-Sprint brauchen wir nicht. Sprengmeister. 6 Skillpunkte haben wir. Hergestelltes. Was können wir da machen? Focusboost. C2S-Scan brauche ich jetzt nicht unbedingt. Fahren. Hacken. Wir machen halt ein bisschen fürs Hacken, ne? Transformatoren. Kann man ja brauchen. Was ist das da unten? Profiler. Geldautomaten. Hackboost. Die gute Hackbildung versprennt. Ja, machen wir das hier. Geldautomaten. Hackboost. So. So. Dann würde ich sagen, mache ich hier ein Aufnahmepäuschen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Watch Dogs. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao. Euer Kelle. Bye.